Hallo und herzlich willkommen bei Software 3D. Heute stellen wir euch eine weitere Neuheit mit Cinema 4D R14 vor. Den verbesserten Holzschäfer. Mit Cinema 4D R14 wurde der Holzschäfer stark überarbeitet. Damit kann geschnittenes Holz wesentlich besser gerendert werden, damit es fotorealistisch aussieht. Wird hier zwischen einigen vorgegebenen Holzarten aus. Wir haben einige Textonen dafür passend vorbereitet. Farbe bestimmt den Farbverlauf des Holzes. Die Größe regelt die Skalierung der gesamten Holzstruktur. Denen bestimmt die Struktur entlang der Baumwuchsrichtung. Je höherer Wert hier definiert, desto gleichmäßiger ist die Oberfläche entlang der Wuchsrichtung. Die Körnung ist für die feine Struktur, die ihr zwischen den Jahresringen sehen könnt, zuständig. Die Körnungsgröße bestimmt, wie filigran die Struktur ist. Je kleiner, desto feiner. Wellung reguliert, inwieweit die Holzstruktur verbogen werden soll. Es ist quasi für die Turbulenz in der Struktur zuständig. Wellungsgröße ist für die Querturbulenzen in der Wuchsrichtung verantwortlich. Die Wellungsparameter bleiben ohne Einfluss, wenn die Option Jahresringe deaktiviert ist. Variation bestimmt die Holzstruktur. Jahresringe verleihen dem Holz die typische Jahresringe wie in der Realität. Wenn die Option deaktiviert ist, wird die Holzstruktur chaotischer, was aber als flache Bodenoberfläche besser wirken kann. Ringwellung formt die kreisrunden Jahresringe. Ringwellengröße kann in allen drei Dimensionen skaliert werden. Kleinere Werte sorgen für mehr Turbulenz. Wir wünschen viel Spaß mit Cinema 4DR14, euer Software 3D Team. Ringwellengröße kann in allen drei Dimensionen sein.